Jö, dann wollen wir mal zu Straight. Und, wie dem einen oder anderen gerade jetzt aufgefällt, ich habe die Sprache geändert. Straight-Stelle. Ich habe die Sprache auf Deutsch geändert, weil ich habe ein paar von den etwas älteren Videos durchgeguckt und mir ist aufgefallen, dass ich zwar teilweise das übersetze, zum einen dauert das Übersetzen aber mir persönlich zu lange. Also es müsste okay sein, aber ich bin recht selbstkritisch. Mir dauert das zu lange. Und ich übersetze nicht immer alles. Also wenn da irgendwelche Sachen sind, die in meinen Augen ganz so interessant sind, übersetze ich sie einfach nicht. Und ich will nicht, dass da irgendwas fehlt. Deswegen habe ich die Sprache jetzt auf Deutsch umgestellt. Die Synchronation ist ja auch ganz okay, so wie sie ist. Die Gespräche müssten immer noch auf Englisch sein mit deutschen Untertiteln. Und wir können jetzt bei den Gegenständen wesentlich einfacher herausfinden, was sie machen und wie die Hintergrundgeschichte ist und so weiter. Ja, wie gesagt, deutsche Synchronation ist okay. Okay, hihihi hätte ich nicht genommen, sondern hä hä hä. Aber ja, sei es drum. Den Ring, genau. Ring des Wissens erhöht Intelligenz. Das klingt für wahr gut. Genau, und jetzt muss ich nicht übersetzen, ich kann einfach nur vorlesen. Das ist schön. Dieser Ring wurde vom Hohepriester von Wolken gesegnet. Er erhöht die Intelligenz. Priester und Intelligenz? Okay. Die Kleriker der berühmten Stadt Wolken befinden sich dauerhaft in einem skandalösen Machtkampf. Einige wenige blieben dennoch aufrechte Edelmänner mit starkem Willen. Okay, kaufen. Ach, kraftlos. Ja, definitiv gut, dass wir auf Deutsch umgestellt haben. Das ist ein kraftlos, habe ich nicht ganz so übersetzt gehabt. Ring, 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 Ring. Oh, und ich sollte gucken, wie viel Intelligenz das macht, weil wir haben jetzt 52. Oh, haben wir 52. Ich hätte schwören können, ich hätte nur bis 50 gesteigert. Also wir müssen schon irgendwas anhaben, was Intelligenz auf zwei Punkte erhöht. Also 52. Welchen Ring nehmen wir weg? Dich, denke ich mal. Und wo ist der neue tolle Ring? Da. So. Oh, fünf Punkte mehr. Dürfte ein bisschen was bringen. Gut, gut. Wir haben noch 22.000 Seelen übrig. Reisen. Mal Jula. Auch wenn das nicht so viele Aufstiege mehr sein dürften. Wir werden ja langsam doch ziemlich teuer. Aber ich kann ja mal gucken, was noch so an Seelenbatterien dabei ist. Klick, klick. Und das ist alles kleine Kram. So. 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 1.600. Ja. Nee, bringt nix. Verstärken können wir nicht. Aufsteigen. 12.450. Oh, das geht fast genau gut auf. Okay. Also. Wille. Wille. Was? Ach so. Es wird hier immer mehr. Ja. Abbrechen. Ich würde gerne die letzten Seelen-Dinger da benutzen. damit es aufgeht. So. Schon besser. Sprechen. Jupp. 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 Zweimal Glaube. Nee, Wille. Ah, okay. 1.2. Zaubergeschwindigkeit abermals erhöht. Feuerschaden erhöht. Blitzschaden erhöht. Finsternes Schaden erhöht. Jupp. Der große Feuerball dürfte langsam echt gut Schaden machen. Hast du noch was Neues? Auch wenn wir jetzt keine Seelen mehr haben. Steine? Keine Steine. 19.20. Ja, nicht so gut. Das dauert noch ein bisschen. Also. Du da. Du da. So. Jetzt wollen wir zu dem Bell Tower. Unter was war der Bell Tower? Hatte einen eigenen Bereich. Das Salzfort. Nein. Wie jetzt? Ich war mir ziemlich sicher, dass das Ding ein Leuchtfeuer hatte. Dienstbotenquartier. Straitszelle. Der ferne Turm. Der ferne Turm ist nicht der Turm mit dem kleinen Mann drin, oder? Ich glaube nicht. Aber die hier sind das auch alle nicht. Okay, probieren wir den fernen Turm aus. Das Leuchtfeuer war ja nicht direkt in dem Turm, wo der kleine Mann war. Das ist der allererste. Oder der zweite. Nee, das ist das falsche Leuchtfeuer. Reisen. Straitszelle ist es nicht. Dienstbotenquartiere. Oh, das ist es, glaube ich. Da standen ähnliche Möbel rum, wie man gerade auf dem kleinen Thumbnail da sehen konnte. Genau. Okay, also wir gehören jetzt zu dieser Glockengeschichte an. Das heißt, der dürfte uns eigentlich nichts tun. Ach, der war hier. Und darunter müssen wir zum Turm. Also, die Theorie dahinter ist jetzt, dass sie uns nicht angreifen, weil wir zu dem Covenant gehören. Ich höre schon mit irgendwo Hunde. Da. Dass sie uns nicht angreifen, weil wir zum Covenant gehören. Die Spieler. Und dass alles gut ist. Und dass wir keine beschwören, damit wir sie angreifen können. Was eine Alternative wäre. So, du. Greifst du mich an? Ja, tust du. Obwohl ich dir nichts getan habe. Das ist komisch. Weil ich bin auch ein Beschützter dieses Turms. Oh, na gut. Töde ich euch halt. Ich sollte volle Lebenspunkte haben. Nur für den Fall, dass doch irgendjemand mich hier angreift. Ich bin ganz schön zäh, kleine Jungs. Ja, okay. Werde angegriffen. Ähm. So nicht, Junge. Das ist mir auch vollkommen egal, dass ich heile. Du hast den NPC mit benutzt. La, 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 la. Okay, der ist zu langsam in der Zauber. Warum? Ich hasse den Leck in diesem Spiel. Ich hatte ihn jetzt schon dreimal getroffen, den Typen. Und er hat nicht gerollt zu dem Zeitpunkt. Und der Nächste kommt. Ja, hier mich auch. Dumm-Di-Dum. So. Na, endlich mal. Danke, dass ich treffen darf. Greift ihr euch auch gegenseitig an? So, der eine wäre kaputt. Hallo, Naki, dein Mann. Oder Frau. Okay, da kam gerade der Leck mir zugute. Eigentlich hätte er mich treffen müssen. Ja, da wieder andersrum. Oh. Also ja, das ist echt nicht schön. Manchmal kommt das mir zugute. Recht häufig kommt es auch dem Feind zugute. Aber damit kann man nicht ordentlich spielen, finde ich. Also ich meine, wenn man nicht mal weiß, wie man sich bewegen muss, um Schaden zu verhindern oder Schaden zu machen, ist das doch eigentlich nur eine Glückssache. Das war am Anfang wesentlich besser. Also die ersten Tage, wo ich Dark Souls 2 gespielt hatte, da war das nicht so mit dieser Verzögerung und dem Leck und man wusste nie, wo man trifft und so weiter. Wobei, es kann auch daran liegen, dass ich da Nahkämpfer gespielt habe und dass es da vielleicht nicht ganz so wichtig ist wie beim Fernkämpfer. Keine Ahnung. Wo geht's hier lang? Nirgends. Da ist einfach nur dicht. Okay. Ach ja, und so viel übrigens zur Theorie wegen nicht angegriffen werden und so, ne. Das hat nicht so wirklich gut gehingen. Da oben ist ein Schalter. Oh, da ist ja noch einer. Ja, ganz viele von euch Jungs. Aber das ist okay. Wir haben gleich... Oh. 10.000 Seelen zusammen. So. Wobei die auch von den Spielern kommen könnten, ne. Habe ich gar nicht so drauf geachtet, ob wir da was bekommen. Ähm. Ach so, die Glocke durfte nicht geläutet werden, ne. Dafür bin ich hier im Covenant. Irgendwie so. Schimmernder Lebensstein und Dämmerungskraut. Das müsste das bessere... Das bessere Kraut sein für Zauberwiederherstellung. Also eine Glocke habe ich geläutet. Oh, warte. Ist das eine Anspielung auf Dark Souls 2? Muss ich jetzt irgendwo eine zweite Glocke finden? Hier könnte auch irgendwo der Drache sein in der Richtung. Hm. Aber gut, hier oben scheint sonst nix... Wo kommst du auf einmal her? Hm. Hm. Ich sehe nix. Okay. Dann halt wieder runter. Ist jetzt die Nebelwand da vielleicht weg? Oder dieses Eisengitter davor? Durch das Läuten der Glocke? Ja, das Eisengitter ist weg. Okay. Nebel betreten. Das dürfte jetzt kein Boss kommen. Wir verlassen einfach nur das Gebiet. Oh, Mist. Oh, ich kenne dich doch. Zauberstab. Oh. Dudu. Ja, ja, ja. Ja, Verbrennogenkumpel ist völlig okay. Bring dich überall um. Ich hoffe, das sind nur die zwei. Es kommen nicht noch mehr davon. Es kommen noch mehr davon. Okay, heilen. Ich werde gleich mitten im Kampf eins von diesen Kräutern benutzen müssen. Das ist nicht schön. Weg. Weg. Au. Okay. Abstand, 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 Abstand. Heilen. Sind es jetzt schon drei? Es sind drei. Das ist nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ja. Der eine ist angeschlagen. Der da muss weg. Komm, schnell, 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 schnell. Ich habe gedacht, wir müssen getroffen werden oder nicht. Es werden sonst zu schnell zu viele. Komm, hinter mir ist was wach geworden. Du weg. Du bist angeschlagen. Du. Ja, so nicht. Au. So schon. Okay, heilen. Ich hoffe, nichts hinter mir ist wach. Und du weg. Kann ich leider nicht unterbrechen. Okay, heilung. Komm, 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 komm. Hossa. Hossa. Das war interessant. Seele des Turmgargäuls. Ähm. Ich dachte, die Nebelwand beschränkt mir das BVP-Gebiet. Okay. Ähm. Ich habe nicht mehr sehr viele Zauber. Aber das dürfte jetzt ja okay sein. Ähm. Wo kommen wir her? Ich guck mal. Du. Das war's.